Heute sind wir in der Kirche, haben gegenüber von der Kirche geparkt, auf der anderen Seite der Straße und hier sind ganz viele Langläufer und hier direkt hinter der Kirche ist ein toller Rodelhang, wo die Kinder wirklich ganz schön viel Spaß haben können. Und hinten dran, hier im Rodelhang, ist dann noch ein Weiterlebnisweg, den der später noch ein blauer Weg ist und man hat noch die Möglichkeit, auf die Badner zu laufen, das ist ja die höchste Erhebung im Badner Stadt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt haben wir den Walderlebnispad verlassen, haben dort die Waldtiere gesucht, im Wald und jetzt geht es weiter zur Badner Höhe hoch und hier liegt immer mehr Schnee und sobald man den Weg verlässt, sinkt man ein, aber auf dem Weg kann man ganz kurz umlaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir es gerade tatsächlich auf den Turm beschafft auf der Badener Höhe. Es ist mega, wie nicht stürmisch eigentlich war, mega kalt, aber mega schön. Die Sonne scheint, man hat eine mega schöne Aussage, weil er kann es ganz weit. Was ist das? Wo hat die Sonne? Na, Wim, ammen? Ich bin sehr gut so. Untertitelung. BR 2018 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 5 Stunden später sind wir wieder am Auto. Wir sind von der Badner Höhe runtergelaufen. Die Kinder mit den Schritten gefahren. Die haben wir gar nicht mehr gesehen. Und waren dann unten noch an der Kirche am Hangrodeln noch ein paar Mal. Und jetzt reicht es aber auch für heute. Wir waren ja jetzt viele Stunden im Schnee. Und der Tag neigt sich dem Ende. Und ja, es war auf jeden Fall ein schöner Ausflug. Tolle Wege, tolle Landschaft, tolle Schlitten oder Rodelhänge. Richtig schön hier in Herrenwies. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018